So, Mahlzeit-Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge des South Park The Fractured Barthol. Meine Fresse war in den letzten zwei Wochen langweilig. Was war denn da mit mir los? Ja, wird wohl am Hunger gelegen haben. Wir spielen hier wieder weiter. Wir sind in dieser Templer-Höhle, was auch immer das ist, unter dem Polizeirevier. Nach dem Intro zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis gleich. So, da wollen wir mal gucken, was hier abgeht. Es geht noch weiter nach unten. Da können wir reingehen. Hier sind irgendwelche Kutten oder was weiß ich noch. Hier ist eine Forensik. Lass da mal reingehen. Gesperrt. Sehr schön. Können wir hier irgendwas tun? Da oben? Nein. Hier können wir noch was kaufen. Das hier ist auch gesperrt. Ich glaube, ich gehe erstmal zum Einkaufen bzw. Verkaufen. Jo. Lebensmittel. Fast 1000. Das werden wir nie alles verbrauchen. Dabei haben wir schon 179. Ich hau einfach mal so... Ja... 744... 746 hau ich jetzt mal raus. Dann haben wir da wieder eine schöne runde Zahl. Ich weiß nicht, warum ich mich immer auf diese 200 beschränke. Kann auch sein, dass ich am Ende irgendwie noch mega viel kaufen muss. Weil ich jetzt alles verkaufe. Aber... Das sind mir eigentlich mehr oder weniger komplett Bums. Wie viel wollte ich denn? 411 wollte ich verkaufen. 250 Dollar. Meine Fresse, hier ist noch... Hier brauchen wir 267 verkaufen. Wir hier mal locker flogge ich raus. 267. Boah, wie viel Medizin, Mann. 477 verkaufen wir hier. 477. So. Und jetzt wollen wir nochmal gerade gucken, wie das mit unseren Kräften aussieht hier. Äh, Artefakten muss ich gerade sagen. Nicht Kräften. Hahaha. So, wir gucken mal hier, was hier abgeht. Ich achte mal wieder nur auf hier unten. Ähm. So richtig grün ist nirgendwo was. Rückstoß, Komboschaden. Vielleicht sollte ich mal auf die Macht gucken. Ultimativ, Kraft, Erholung. Naja. 440. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. 412. Hier geht's runter. Hier geht's überall nur runter. 440 ist das meiste, was wir hier haben. Okay. Gucken wir mal hier. Ob man hier noch irgendwas verbessern kann. Das ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe, habe ich das Gefühl. 405, Status-Effekt-Schaden, minus 42, Rückstoß-Staden-Kombo. Also, das ist alles nicht so cool, oder? Das ist alles nicht so cool. Hier haben wir was Neues. Da ist ein Sternchen dran. So. 420. Bonus Verbündetengesundheit. 9% Crit. 425. 5% Crit, aber Bonus. Ah, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Dieses Bonus Verbündetengedöns. Das ist ziemlich... Okay, der hier hat plus 2. Der hat nur 1% mehr bei kritischer Schadensgedöns. Komm, nehmen wir. Hier ist auch noch ein Sternchen dran. Was haben wir hier alles? 525. Alter, was geht? Was nehmen wir denn? Das Teammitglied im ersten Verbündetenplatz kann sich ein Feld weiter bewegen. Du hältst 110 Macht. Was steht hier? Ich würde gerne nochmal lesen, was da steht. Heilgegenstände stellen 100% mehr Gesundheit her. Lol. Ja, was nehmen wir? 100% mehr Gesundheit oder ein Feld weiter bewegen? Wir nehmen natürlich die Gesundheit. Ja, lol, Alter. Puff. Und ruckzuck ist die Fresse dick. 525. Ja, dann gehen wir mal hier rein, oder was? Man. Was ist hier? Forensik. Was ist hier los? Hä? Was ist das? Kann ich das Ding halten? Okay. Da ist was drin. Schlüssel zur Kriminaltechnik. Also quasi Forensik. Das ist sehr gut. Unze verunreinigtes Blut. Da ist eine Notiz da oben. Können wir lesen, was da steht. Please help. Äh, keine Ahnung. Urinprobe mit Spuren von Kokain. Äh. In diesem Polizeirevier hier wundert mich ehrlich gesagt gar nichts mehr. Das war ja... Ja. Mal mega krank, was hier abgegangen ist. So, ab in die Forensik. Wir können aufschließen. Laden. So. Was ist das? Was ist das? Was war das? Hallo? Hallo, ist jemand da? Nein, alles gut. Oder sonst hätten sie etwas gesagt. All right, dann. Ja, natürlich. Es ist nur ich und dich, Kitty. Ah. Komm, gib mir das gute Sachen. Hey, stopp. Halt. Stille. Oh, Bananas. Der Kette hat weggekommen. Bananas. Ich kann nicht ein Ding in hier. Was ist das? Es klingt, wie der Kette in die toxischen Chemikalien. Uh-oh. Darnet, das ist nicht gut. Uh-oh. Scrambled. Ich hoffe, dass es nicht die toxischen Chemikalien, die ich gerade gesprochen habe, die auf dem Boden zerbrochen sind. Oh, nein. Ich glaube, sie waren. Drat. Wenn die Chemikalien zusammengekommen auf dem Boden zerbrochen, wird es um ein Gas, das würde mich in Sekunden töten. Blast es. Da ist das Gas. Ja? Oh, Gott. Diese Polizisten. Oh, thank God. The exhaust fan is sucking out the toxic gas. I'm not gonna die. Now, where's that blasted cat? I think the cat just jumped into the exhaust fan and jammed it. Gas is filling up the room and it's killing me again. I'm dying again. Sag mal, was is? Okay. Was geht da ab, Mann? Er stirbt jetzt oder nicht? Der Gas is killing me. I'm really dying this time. Seriously, I can feel myself dying. It's so painful. Help. For the love of everything up here. If you're dying, you can help me right now and do something. It's killing me. It's killing me. Wait. I think I feel the light switch. Ah, yeah. Just turn it on. Ah. Alter. Ja, und jetzt? Was hat der da drin gemacht? Was zur... Ich mach das jetzt nicht auf. Aber da liegt ein Schlüssel drin. Wahrscheinlich zur großen Tür. Was ist denn da noch? Ist das... Das ist nicht Scrambles gewesen. So. Jetzt mal gerade hier gucken. Jetzt mal gerade hier gucken. Da oben ist erstmal was für unsere kleine Arschratte. Was ist das? Blutige Handschuhe, die nicht passen. Evidence. Was ist das hier? Links. Case 54. Ja gut. Dann werde ich wohl oder... Wohl oder übel. Mal gerade hier meinen kleinen Arschhamster draufballern müssen. Beziehungsweise Hacken, wie man das ja hier nennt. Nein, nein. Ja, ja. Rein damit. Und... So, und jetzt? Ciao, ciao. Was passiert? Jetzt kann ich hier rein. Es war so klar. Biohazards detektiviert. Ähm. Muss ich jetzt irgendwie zu... Muss ich raus und Tupperware holen oder so? Weil Tupperware, der hat doch... Wo ist Tupperware? Soll ich mal mit ihm sprechen? There's nowhere else to go but down here. Okay, das war's. Dann halt nicht. Was ist das? Benutzen. Caring for your Elder God. Be sure to clean and drain pools and... Tanks, at least once a month. Droppings. Be sure to keep pools. Filtrier is dark dryness. Eugenics book club. Read the horror. Add red book. White meat. Dark meat. Troubleshooting. Aaron Campbell. Was ist das? May have overfed. Expect a mess later. Zack Hopper. What the fuck is that? Ja, aber mal ehrlich. So. Ich brauche diesen Schlüssel da unten, um hier in dieses... Dingensbummens reinzukommen. Da ist irgendwas für... Captain Diabetes noch am Start in diesem Raum. Lüftung ausgefallen. Aha. Aha. Die Zeitfußpause erlaubt es dir, Gefahrenzonen unverletzt zu durchqueren. Aha. Da hätte ich auch vorher drauf kommen können. Rein. Schlüssel. Kriminalschrank. Und Tschüss. Jawohl. Und jetzt hier. Und jetzt kann ich wahrscheinlich... Mit... Toolshed. Oh. Mit... Toolshed. Hallo. Das ganze vergiftete Gas daraus blasen, oder was ist hier los? Oder ich kann natürlich noch eine kleine Friere von meinem eigenen Gas hinzufügen. Und... Ja. Wir haben die Katze raus. Geforzt. Weltkontaminierung wurde verhindert. Lol. Ja, und jetzt? Ja, jetzt brauchen wir wohl... Captain... Diabetes. Lange nichts mehr von dem gehört. Okay, was haben wir hier? Skelettschlüssel. Was liegt da noch drin? Geld und Koks, oder was? Meisterrätsellöser. Nice. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Warum nehmen wir das Geld? Ey, diese Leiche. Ja, ich hab den Schlüssel. Ich hab genug. Alter, was geht da denn ab? Ja, 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 Shub-Nigaroth. Black goat of 1000 morbid young. Draw down the moon and extinguish the sun. Alles klar. No! Bäh. Sir? Huh? Oh, I see. I guess because cops feed african-americans to an elder god, they're racist. Eine Ziegengöttin? Shub-Nigaroth is an outer god, kids, who must be appeased and whose coming was foretold by the great H.P. Lovecraft. But I suppose H.P. Lovecraft was a racist, too. Oh, fuck. Was he really? Like, like how racist? Really, really? Yo, it's my homeboys! Get me the fuck up out of here, these niggas completely cray! Let's end it! Alright, you kids want a battle? Let's do this! Okay. Besiege Shub-Nigaroth. Ich hole mir mal ein paar andere Leute hier auf den Plan und zwar... Ja, Toolshed ist halt so ein bisschen mit heilen und so. Eigentlich wäre das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Hm. Aber. Ich glaube, wir brauchen definitiv mehr Power hier. Deswegen nehme ich Captain Diabetes mit. Ähm. Seine ultimative Power ist nicht ganz so nice. Seine aber schon. Und der kann auch heilen. Deswegen nehme ich ihn mit. So. Oh, ja, zurück. Kampf starten, please. Okay, chuck another one in. Oh, fucking hell no! Ow! Oh, shit! The All-Mother can't stand white meat! Ach so, ja! Das heißt, dieses... Wow. Alter, Vater! Dieses Ding da eben, dieses Buch... ...war einfach nur eine Anleitung für dieses Teil hier. Black Fleisch! Füttere Shub-Nigarath, weißes Fleisch. Okay. Oh, shit. Das möchte ich eigentlich nicht. Das machen wir nochmal zurück hier. Oh, das ist wahrscheinlich genau so ein... Ja. So, dann machen wir erstmal den hier. Und hauen die beiden erstmal ein bisschen down. Und da unten sehen wir wieder, wann Shop-Nigarath angreifen ist. So, dann hauen wir den jetzt erstmal... Oh, da habe ich wohl ein bisschen vorschnell gedrückt. Ich würde eigentlich ganz gerne alle... ...alle Peoples hier... ...wegömmeln. Nice. Und er ist da drinnen. Nice. Jetzt kommt Humankind... ...und macht erstmal... ...ähm... Was macht er denn? Was macht er denn? Haltet er ihn? Er gibt ihm Schutz, ne? Ja, dann gibt er ihm mal ein bisschen Schutz. Was? Der hat 10.000... Oh, mighty Shub-Nigarath! Oh, Mother with a thousand young! I'm sure we'll have to start it out. So. So, er kriegt auf jeden Fall jetzt gleich erstmal eine kleine Packung. Moment mal gerade. Da ist ja mal so die übelste Sonne am Start. Ich habe gerade ein bisschen mehr Licht reingelassen. Weil ich es zu dunkel fand. Aber jetzt... Egal! So. Nö, ich warte erstmal ab, bis dieser Shub-Nigger-Dings da sein weißes Fleisch kriegt. Was, bitte? Das hätte ich eventuell verhindern müssen. Okay, wenigstens ist der jetzt gerade down. So, wer ist als nächstes dran? Captain Diabetes. So, der schickt die Boys erstmal wieder zurück in diese... Ne, tut er nicht. So ein Mist. Ähm... Dann müssen wir ihn schnellstens down... Ach, verdammt, ist so schnell gedrückt. Müssen wir ihn hier schnellstens down kriegen. Laser Eyes! Das war nicht so cool. Yeah, Ultima-Tiefkraft ist bereit. Welche nehmen wir denn? Er hat erstmal Schutz, oder? Ja, er hat Schutz. So muss das sein. Njam, njam, njam. 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 So. Ich weiß nicht, ob das Ei dann platzt. Ja, das Ei platzt gleich wahrscheinlich. Okay. So, er ist auch down. Geil. Okay. So. Und er kriegt jetzt erstmal... Ja, so. So, das war gut. Dann ist das Ei auch down. Oh, shit. Das war nicht so cool. Äh... Ja, komm, egal. So, kriegt er jetzt. Ah ja, so kriegen wir ihn richtig schnell down. Wir müssen also einfach nur die Bullen da... ...rüber lutschen. Alter. Alter. What the fuck, Alter? Der Bulle kommt an den Start. Ähm... Okay. So, den hätten wir schon mal dort. Ultimativ kraftbereit. Ähm... Trotzdem mach ich das gerade mal nicht. Oder soll ich's doch machen? Ne, ich mach's nicht. Ich muss mit Diabetes und mit Humankind die beiden Weißen da rüber kriegen. Äh, hiermit hab ich das gemacht, oder? Ja, Mann. Und er geht jetzt einmal rüber. Genau. So, und dasselbe... Ähm... Mach ich jetzt mit ihm. Aber das ist, glaub ich, mit der Laser gewesen. Ja, scheiße. Hm, okay. Ai, shit. Oh, ne, Moment. Das muss ich verhindern. Das ist zu weit in die rechte Richtung. Er hat immer noch Schutz. Ultimativkraft ist immer noch bereit. Ich weiß. Er macht erstmal langsamer. Er darf nicht aus diesem... Ja, gut. Er hat uns weggeschoben. Das heißt, ich werde jetzt versuchen... Ne, das hat nicht geklappt. Ah, ich muss mit... Ne, er ist down. Mist, das wollte ich nicht. Mann, ich muss mit Humankind... Nein! Why did I have to do this? Wow. Puh, Alter. Hätte ich das jetzt nicht noch verhindern können? Oh, Mann. Scheiße. Oh, Mann. Ja, die beiden stehen da schon mal fast gut. Ähm, so. Dann komme ich jetzt erstmal hier mit meinem Belebungs... Schwubbeldi-Bubbel um die Ecke. Äh, hier war das, ne? Kann ich ihn beleben? Ach, ne. Hier ist er, oder? Wo liegt er denn? Da. Konnte man gerade gar nicht sehen, Alter. Ich glaube, das wird ein längerer Kampf. Ich glaube, das wird echt ein längerer Kampf. Lädi-San. Lädi-San. Äh... Ja, dann hau ich dasselbe noch mal für Humankind raus. Man kriegt da auch volle Energie. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Let's see. What would reduce these fools to cinders? Oh, I know. Wrath of Kite. Ähm... Ja. Komm. Schieß ich ihn einfach mal ab. Pew, pew. Eat hot lasers, combatant. You ready for a flash mob? Because I am. Was tut sie das? Du hältst Block und entzürnst deinen Feind. Ja, komm. Machen wir mal das jetzt. Mist. Er hat keinen erwischt. Okay. Unsere Ultimativkraft nützt hier gerade gar nichts. Hätten wir mal doch Mysterion. Beibehalten. Jetzt kommt er da hinten um die Ecke. Uh, shit. Und? Was passiert jetzt? Äh... Ja, komm. Ich mach ihn einfach da und der nervt hier echt übel rum. So, jetzt kann... Er ist schon mal nach da. Das bedeutet... Ich werde... Den hier anwenden. Und rase durch ihn durch. Allerdings... War das keine gute Idee. Das war absolut keine gute Idee. L und R-Taste. L und R-Taste. Mist. Ja, Mann. Genau so. Kann ich mich auch hier hinstellen? Ja, Mann. Genau so. So, den hole ich da jetzt erstmal weg. Nice. So, Ultimativkraft ist bereit. Ja, den werde ich da jetzt zwar nicht hinschuppen. Er holt sich wieder irgendwas. Natürlich in diesem Fall nichts. Verlangsamung. Nee, nee, nee. Komm, brauchen wir nicht. Er braucht nicht angreifen. So, jetzt kommt er wieder. Aber ich kann ihn leider nicht... ...schubsen mit irgendwas. Oder? Damit ziehe ich ihn nur zu mir, oder? Kick für Rückstoß. Fun. Fakt. Das hätte ich von woanders machen müssen. Ähm. Scheiße. Ja, komm. Dann machen wir ihn halt kalt. Und er ist immerhin geschützt. So. Dann holen wir sie mal hier hin. Und heilen sie eine Runde. So, dann geht sie mal hier aus dem Wege. Ja, komm, wir machen ihn gerade down. Hoffentlich kommen die nächsten dann auch von der rechten Seite. Google-Plus-Account? Wer hat einen Google-Plus-Account? Ja. Nice. Oder vielleicht doch nicht so nice. So, wie sieht's denn aus? Humankind hat ein bisschen Energie nötig. Ähm. Belebungsserum? Nein. Nein. Geh ich mal hier hin. So. Er kriegt wieder ein bisschen Energie an den Start. Ich muss den Zug beenden. So. So, schützt ein Team-Kollegen. Ja, machen wir mal hier. Ach, das war so dumm. Der hat doch schon Schutz. Ich hätte mich selber schützen können, aber nein. Schützt ein Team-Kollegen. Ja, ich schützt ein Team-Kollegen. So. Ich frügele in den Gegnerverlöckchen. Hä, 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 hä. Ich erzürne einen Feind. Oh Mann, ey. Da hätte ich echt irgendwie andere Attacken von Nöten gehabt, um das hier perfekt über die Runden zu bringen. Er holt sich wieder nichts. Rückstoß. Ja, den kicke ich dann in die andere Richtung. Das ist nicht so gut. Ja, komm. Machen wir einfach mal so. Oh Mann, 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 Mann. Äh, nee. Jawohl. Er ist erstmal ganz weit aus der Gefecht nach oben. Das ist schon mal ganz gut. Captain Diabetes. Brutaler Schlag mit Rückstoß. In diese Richtung. Ja. Schön. Da können wir jetzt erstmal... So. Ja, komm. Den machen wir dann down. Dann kriegst du auf jeden Fall einen... einen von diesen... Kumpels hier. Äh. Okay. Ich geh mal hier hin. Und dann beende ich meinen Zug. Und jetzt müsste dieser Kollege hier kommen. Ich glaube, das war das zweite Mal. Jetzt müssen wir ihm noch zwei Peoples... Müssen wir ihm noch reingeben. Er botzt wieder seine Eier raus wahrscheinlich. Oh, krass. So, Rückstoß. Okay. Er bleibt dann auf jeden Fall da. Falsche Richtung. Da oben kann ich nicht hin. Okay. Dann bleibe ich hier stehen und beende meinen Zug. Humankeit. Laseraugen. Schützt ein Teamkollegen. Ja, das kann ich eh knicken. Ich beende meinen Zug. Ach, komm. Ey, ne, ne, ne. Moment mal gerade. Den kann er mal gerade knicken. Das wirft mich zu hart zurück. So. Oh, oh. Alter Schwede. Wenn hier gleich drei Leute drauf gehen. Nein, es gehen drei Leute drauf. Alter Schwede. Das war gar nicht cool. Das war gar nicht cool. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Oh. So, ich gehe mal hier in die Ecke. Und kann ich eigentlich mit dem Kollegen? Ne. Okay, dann muss ich tatsächlich hier hin. Und erstmal... ihn wiederbeleben. Oh, Mann, ey. Vielleicht hätte ich doch mehr... von diesem Zeug kaufen müssen. Laseraugen, schützt ein Teamkollegen. So. Den können wir auf jeden Fall ein bisschen blocken. Jetzt brauchen wir... Ja, er holt sich wieder irgendwas. In diesem Fall mal wieder nichts. Das ist auch egal. Er geht einen Schritt nach vorne. Und hier... beleben wir wieder... Ah, geht nicht. Rückstoß. Ja, das geht auch nicht. So, dann würde ich sagen, hier... holen wir erstmal... den Captain Diabetes wieder zurück. Weil er mehr oder weniger der Einzige ist, der hier die richtige Attacke am Start hat, Mann. Äh... Doppelteile mit Rückstoß. Aha. Ja, okay, komm. Machen wir das Ding mal gerade down. Shit, jetzt bin ich... komplett da hinten. Okay, hier muss ich hin. So, jetzt kann ich ihn zurückholen. Nice. Und heilen auch noch. So. Das war knapp. Okay, Callgirl ist auf jeden Fall immer noch tot. Er geht schon mal dahin. Das ist nice. Hä, hä, hä. Rückstoß. Das ist auch scheiße. Das ist auch scheiße. Ähm... Okay, dann schnell mal den Zug beenden. So, ihn können wir jetzt erstmal... volles Fund da hinten hin... schießen. Das wäre dann Nummer 1. Er hier. So, jetzt machen wir erstmal Platz. Und... schützen nochmal eine Runde... den, äh... Arschlort. Er geht da hin. Das ist auch nice. Und zack, das ist der zweite. Einen müssen wir noch... auf die Opferstelle draufkloppen. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Boah, da kommt noch eine... Boah, was? Ja, wir müssen auf jeden Fall moven. Ja, nice. Er ist auch nach hinten. So. Äh... Rückstoß. So, er ist auch in der Richtung. Das ist schon mal richtig geil. Into the Fray. Ähm... Ja, okay. Runde beenden. Mighty as Kite. Ähm... Runde beenden. So, Captain Diabetes. Runde beenden. Captain Diabetes, alles klar. So. Schützt ein Teamkollegen. Ja, hauen wir mal ihn raus. Ah, er hat schon genug Schutz. Scheiße. Aber egal, da stehen jetzt drei Cops. Und wenn das Ding dann jetzt gleich anfängt... So. Jetzt muss ich quasi einfach nur warten, bis der dazu schlägt. Das mache ich mal gerade rück... Äh, rückwirkend wirksam. Oh, sorry, did you want that turn? Too bad. So, jetzt warte ich einfach ab. Callgirl ist ja eh down. Zack. Dreimal. Hat sie sich gar nicht geholt? Oh, shit. Ah, egal, komm. Das ist dann auf jeden Fall der letzte, der... So. Ultimativkraft. Ähm... Laseraugen. So. Der kriegt jetzt noch ein bisschen was ab. Das ist aber egal. Ich würde am liebsten Plätze tauschen mit... Aha. Nice. So. Das war's, Alter. Das war's. See you later, Apple. Nice. I won. Pew. Necronomicon. Wow, Freunde. Okay, die Folge hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich hau hier einen kleinen Cut rein. Aber es geht nahtlos weiter. Morgen genau an dieser Stelle. Bis morgen. Tschüss, Sikowski. Dankeschön. Danke.